Petra, wie kann man im Verein mitbestimmen? Also man kann in der Ortsgruppe aktiv sein, kann dort seine Ideen einbringen und seine Wünsche verwirklichen. Mit ein bisschen Erfahrung kannst du Mitglied im Vorstand des Kreislandfrauenverbandes sein. Oder, was natürlich auch schön ist, kannst du den Kreisverband im Landesverband vertreten und dort die Ideen einbringen und auch den Kreisverband vertreten.